Ich möchte euch heute ein bisschen was über die sogenannte tubuläre Brust erklären anhand eines Fallbeispiels. Mein Name ist Dr. Andreas Dohowitz, ich bin plastischer Chirurg und arbeite im Kurzparyzentrum. Wenn wir uns jetzt diese Patientin anschauen, dann sehen wir, diese Brust hat Merkmale einer tubulären Deformität. Zum einen ist dieser untere Brustpol relativ kurz, das heißt, dieser untere Brustpol ist nicht entfaltet. Zum anderen ist der Warzenhof so, dass er ein bisschen aus der Brust rausploppt und wir sehen, die Brust ist auch ein bisschen spitz. Das sehen wir dann vor allem auch in der seitlichen Ansicht etwas besser. Für die operative Planung gibt es jetzt einige Dinge zu berücksichtigen. Das erste, was einmal wichtig ist, ist, dass der untere Brustpol verlängert gehört. Das heißt, wir müssen die Unterbrustfalte zu dieser blauen Linie hinsenken. Das zweite, ebenso wichtiger ist, dass man die Brustdrüse entfaltet. Das heißt, dass man diesen Spitzenaspekt verlängert, indem man die Brustdrüse kehrt bzw. eine Faszie, die unterhalb der Brustdrüse liegt. Und dadurch geht die Brustdrüse wie eine Ziehharmonika auseinander und wird oben unten einfach länger. Und auch wichtig ist das richtige Implantat. In der Regel verlangt eine tubuläre Brust ein tröpfchenförmiges Implantat. Warum? Das will ich auch noch ganz kurz erklären. Dieser untere Brustpol ist ja unterentwickelt. Das heißt, er ist nicht so prominent wie der obere. Dementsprechend brauchen wir das Volumen unten und nicht oben. Gleichzeitig liefern diese tröpfchenförmigen Implantate trotzdem auch Volumen oben, zumindest ausreichend, dass das gut und natürlich aussieht. Wenn wir uns das jetzt nach der Operation anschauen, dann sehen wir, die Brust ist also komplett ungeformt. Diese Haut unterhalb der Unterbrustfalte, der alten Unterbrustfalte, wurde sozusagen zu Brusthaut gemacht. Das heißt, die Bauchhaut wird zu Brusthaut gemacht. Die untere Brust ist jetzt plötzlich länger, sodass wir eine normale Erscheinungsform dieser Brust haben. Wir schauen uns das jetzt noch kurz mal in der Seite an. Da sieht man also diese spitze Form mit dem Warzenhof, der so rausploppt. Das ist also nachher alles behoben. Dieses Foto ist jetzt sechs Wochen nach der Operation und auch auf der anderen Seite sieht man das schön. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen in Bezug auf die Entwicklungsstörung der tubulären Deformität. Es würde mich freuen, wenn ihr Kommentare schreibt und es würde mich auch freuen, wenn ihr unseren Kanal liked. Ich hoffe, das Video hat euch gehört.